Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier das italienische Schlachtschiff auf Stufe 6, die Caracciolo am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau angucken, welche Module ich nutze, Verbesserungen. Dann schauen wir uns die Verbrauchsmaterialien an, werfen einen Blick auf die Werte, vergleichen diese dann auch mit anderen Schlachtschiffen auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich das Zielsystem Mod 1 im ersten Slot, um einfach die Genauigkeit der Hauptbatterie etwas zu verbessern. Man könnte natürlich das Schiff schon überlegen, auf Sekundär zu spielen, weil einfach die Sekundär, was den Schaden angeht, sehr, sehr stark ist. Allerdings ist die Reichweite, selbst wenn man voll auf Sekundär spielt, sehr, sehr begrenzt und daher ist das relativ riskant und auch relativ schwierig, dort konstant gute Ergebnisse zu liefern. Dann haben wir als zweites das Schadensbegrenzungssystem Mod 2, um einfach weniger anfällig gegen Brände zu sein. Im dritten Slot gibt es keine große Auswahl und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites haben wir die Reparaturmannschaft mit vier Aufladungen, welche über 28 Sekunden je 272 Trefferpunkte wiederherstellen kann. Das wären ca. 7600 Trefferpunkte pro Aufladung. Als drittes haben wir den Abluftnebelerzeuger mit drei Aufladungen. Also wir haben hier das erste italienische Schlachtschiff in der Linie, welches Zugang zum Abluftnebelerzeuger bekommt. Das ist auf jeden Fall super. Dieser Nebel ist auf jeden Fall in den meisten Fällen eher einzusetzen, um dort vielleicht aus einer brenzlichen Situation rauszukommen. Man drückt den Nebel, dreht das Schiff und fährt sozusagen raus. Das ist eigentlich, wo man den Nebel am sinnvollsten einsetzen kann. Man kann natürlich auch den Nebel einsetzen, um einfach in eine Situation reinzukommen für die Sekundär. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr riskant. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, weil gerade wenn man auf einer Flanke alleine ist, kann man unter Umständen durch den Nebel, wenn man den selber dann nutzt, die Aufklärung verlieren. Und dadurch, dass man auch einen relativ schlechten Wert mit einem Schlachtschiff, natürlich beim Pfeilen im Nebel hat, kann es passieren, dass der Gegner euch denn noch sieht, weil er gerade geschossen hat. Und ihr seht den Gegner nicht mehr, weil ihr quasi vom eigenen Nebel geblendet werdet. Da müsst ihr auf jeden Fall bei der Nutzung aufpassen. Und zu guter Letzt haben wir noch die verbesserte Sekundärgenauigkeit mit drei Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Schlachtschiffen auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 66 Punkte. Trefferpunkte sind 54.500, was auf jeden Fall stark unterdurchschnittlich ist für die Stufe. Panzerung sind 16 bis 381 Millimeter. Dort schauen wir uns natürlich auch die Panzerungsgruppen schnell zu an. Wir haben hier auf jeden Fall 26 Millimeter Bugpanzerung. Allerdings hier einen richtig geilen Eisbrecher. 150 bis 300 Millimeter, das ist natürlich sehr, sehr stark definitiv. Da kann man auf jeden Fall die eine oder andere Granate, AP-Granate abwehren durch. Dann haben wir hier eine Deckpanzerung von 26 bis 80 Millimeter, was auf jeden Fall auch in Ordnung ist, auf jeden Fall. Wir haben natürlich vorne beim Bug auf jeden Fall auch nur 26 Millimeter. Also dort werden auch HE-Granaten auf jeden Fall dennoch sehr viel Schaden machen können. Schauen wir uns hier nochmal kurz die Panzerungsanordnung an. Und zu guter Letzt nochmal die Zitadelle, die wir hier haben. Die ist natürlich relativ groß, sitzt auch oberhalb der Wasserlinie. Also Breitseite möchte man natürlich hier mit diesem Schiff meiden. Aber es ist natürlich nicht ganz zu vermeiden, wenn man die volle Bewaffnung nutzen möchte, dort ein wenig Breitseite zu zeigen. Und die Torpedoschadensverringerung sind 25 Prozent, was leicht besser ist wie der Durchschnitt. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 85 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 4x2 381 Millimeter Geschütze mit einer Feuerreichweite von 15,8 Kilometer, was auf jeden Fall eine schlechte Reichweite ist für die Stufe. Ladezeit sind 33 Sekunden, was auch relativ schlecht ist. Dauer für die 180 Grad Drehung sind 30 Sekunden, was auf jeden Fall ein relativ guter Wert ist. Damit kann man sehr gut arbeiten. Die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 5800 bei einer 24-prozentigen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 12.000. Damit haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr schlechten HE- und auch AP-Schaden pro Minute. Die lange Nachladezeit mit der geringen Anzahl an Geschützen ist natürlich sehr, sehr schade und begrenzt natürlich dort die Möglichkeiten der Hauptbatterie. Und ein sehr guter Feuerstarter ist das Schiff auch nicht. Genau genommen ist es sogar ein sehr, sehr schlechter Feuerstarter. Gegen angewinkelte Ziele sollte man natürlich mal die HE nutzen. Aber wenn man kann, ist auf jeden Fall die AP hier die richtige Wahl. Bei der Sekundärbewaffnung haben wir 12x91mm Geschütze mit einer Reichweite von 4,5 Kilometern und einer Ladezeit von 3 Sekunden. Und wie gewohnt hier bei den italienischen Schlachtschiffen in der Linie haben wir hier auch die SAP-Bewaffnung und diese macht einen Höchstschaden von 2.000. Und dann haben wir noch 4x352mm Geschütze, auch mit einer Reichweite von 4,5 Kilometern und einer Ladezeit von 4 Sekunden. Und dort machen die SAP-Granaten einen Höchstschaden von 3.800. Damit haben wir natürlich eine richtig geile Sekundärbewaffnung, was das Schadenspotenzial hier angeht. Allerdings ist die Reichweite natürlich nicht wirklich gut und das Schiff auch nicht unbedingt das allerbeste Schiff für den Nahkampf. Wir haben ja nicht wirklich viele Trefferpunkte. Da ist auf jeden Fall das Ganze immer sehr, sehr riskant, wenn man dort in Sekundärreichweite ist, speziell wenn der Gegner natürlich Torpedos hat, dann kann es natürlich schnell zu Ende sein. Aber das Potenzial der Sekundärbewaffnung ist auf jeden Fall da, aber sehr, sehr schwierig umzusetzen. Bei der Flugabwehr haben wir 65 Punkte und dort haben wir 2x2 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 7 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Dann noch 8x6 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 50 und auch einer Reichweite von 2 Kilometern. Dann noch 8x2 37 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 93 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 12x91 mm Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 114 und einer Reichweite von 4 km. Damit haben wir eine relativ durchschnittliche Flugabwehr für die Stufe, sowohl von der Reichweite als auch vom mittleren Schaden pro Sekunde. Nichts wirklich Besonderes, aber halt auch nicht wirklich ganz schlecht. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 43 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 29 Knoten, was auf jeden Fall überdurchschnittlich schnell ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 740 Meter, was auf jeden Fall auch leicht besser ist wie der Durchschnitt. Und die Ruderstellzeit liegt genau im Durchschnitt mit 14,3 Sekunden. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 38 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 14,3 Kilometer, was auf jeden Fall ein sehr guter Wert ist für die Stufe. Erkennbarkeit zu Luft sind 11,4 Kilometer, was auch ein sehr guter Wert ist für die Stufe. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel sind 13,1 Kilometer, was leicht besser ist wie der Durchschnitt. Dann kommen wir zur Kapitänsgelung. Dort habe ich mich diesmal für die Azor-Lane Littorio entschieden. Ich habe ja die anderen Schiffe in der Linie bis jetzt alle mit den Paolo di Rivelle gespielt, was ja auch mehr oder weniger funktioniert hat. Allerdings umso höher die Stufen, umso wichtiger ist natürlich auch die Reichweite. Weil wenn man zu nah dran ist, dann ist es natürlich auch immer sehr, sehr riskant. Deswegen habe ich mich jetzt hier auch ab Stufe 6 entschieden, die Littorio zu nutzen. Für alle, die diesen Kapitän nicht haben, würde ich halt einfach empfehlen, wartet am besten nochmal mit den italienischen Schlachtschiffen. Die laufen euch auf jeden Fall nicht weg. Wartet bis dort vielleicht ein historischer Genauigkeitskapitän kommt, um dort dann auch in den Genuss der Reichweite zu kommen. Alternativ kann man natürlich aber auch den Paolo di Rivelle nutzen mit der Skillung, die ich halt sonst auch immer genutzt habe. Kann ich am Ende nochmal kurz einblenden. Aber wir nutzen hier auf jeden Fall diesmal Azor-Lane Littorio mit der Basisfähigkeit Rosa Bombardemento. Reduziert die Reparaturzeit ausgefallener Module, sowie die Dauer von Bränden und Wassereinbrüchen am Schlachtschiff. Die reduzierte Dauer von den Bränden ist natürlich sehr, sehr angenehm. Ist natürlich auch eine coole Kombination mit dem Modul, was wir im zweiten Slot nutzen. Und geskillt haben wir dort einmal Flambierter Kanonier. Erhöht die Reichweite und Granatengruppierung ihres Schlachtschiffs. Erhöht aber für jeden Schiffstyp die Chance Feuer zu fangen. Hier haben wir auf jeden Fall mehr Reichweite, was natürlich gerade in 7er Gefechten auf jeden Fall auch wichtig ist. Und die Granatengruppierung ist auch ein bisschen verbessert, was natürlich super ist. In der zweiten Reihe nutze ich rotierende Bohrer. Erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptgeschütze. Und den Schaden der AP-Granaten ihres Schlachtschiffs auf Kosten der Höchstgeschwindigkeit. Hier können wir unsere AP noch ein wenig gefährlicher machen. Außerdem drehen die Geschütze nochmal ein bisschen schneller, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Wir verlieren zwar ein bisschen Geschwindigkeit, aber damit müssen wir leben. Alternativ ist kreuzweise aber auch eine super Wahl, wenn man die Geschwindigkeit nicht verlieren möchte. In der dritten Reihe nutze ich Treffsicherheit. Erhöht die Gruppierung der Haupt-Batterie-Granaten für alle Schiffstypen, aber auch die Ruderstellzeit. Hier können wir nochmal die Streuung der Haupt-Batterie verbessern. Verlieren zwar minimal Ruderstellzeit, aber das ist nicht ganz so tragisch. In der vierten Reihe nutze ich die Sardegnische Disziplin. Reduziert Wassereinbruchschaden am Schlachtschiff und Flächenschaden an allen Schiffen. Wir haben hier natürlich ein bisschen reduzierten Flächenschaden, was natürlich sehr angenehm ist. Ein bisschen weniger Schaden kassieren ist natürlich nie verkehrt. Die reduzierte Zeit vom Wassereinbruch ist halt so lala. Ähnlich auch wie bei der Basisfähigkeit. In der Regel hilft einem das nicht wirklich. Alternativ hier aber auch Streckenrekord in XXL auf jeden Fall. Eine gute Wahl, um nochmal, wenn man möchte, die Reichweite minimal zu erhöhen. Und als legendären Skill nutzen wir Winde zum Wiederaufbau. Erhöht die Trefferpunkt-Wiederherstellungsrate, wenn die Reparaturmannschaft aktiv ist. Das ist natürlich einfach ein richtig, richtig starker Skill. Gerade wegen dem Spezial-Effekt kann man dort auf jeden Fall sehr, sehr lange überleben, wenn man es schafft, dort in der Nähe zu sein. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Andrew Cunningham, um nochmal die Granatengruppierung zu verbessern. Und den Paolo di Revelle, um einfach die Nachladezeit ein bisschen runter zu drücken. 33 Sekunden ist natürlich sehr, sehr langsam. Das wollen wir hier reduzieren. Alternativ kann man aber natürlich auch komplett auf Genauigkeit gehen. Das funktioniert natürlich auch noch super mit Azulain Scharnhorst als Inspiration. Oder man verzichtet vielleicht sogar komplett auf die Genauigkeit bei den Inspirationen. Und nimmt neben den Paolo di Revelle auch noch den Ding Roussang. Und hier nochmal kurz eingeblendet die Skillung mit den Paolo di Revelle, die ich hier bei diesem Schiff nutzen würde. Wir bleiben aber bei Azulain Littorio und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Eisinseln im Epizentrum. Mit dabei der Captain Yoink in der Benham und der Sir Nigel mit der Fiji. Ein Zerstörer. Fünf Kreuzer. Drei Schlachtschiffe in der Runde. Auf jeden Fall ein sehr angenehmes Matchmaking. Und ich finde auf jeden Fall, wenn ihr euch das Schiff anguckt, es sieht auf jeden Fall ulkig aus. Gerade weil die Türme einfach so groß aussehen. Gerade im hinteren Bereich vom Schiff wirkt das auf jeden Fall einfach gigantisch. Obwohl das Kaliber relativ klein ist. So, wir haben hier auf der linken Seite drei Kreuzer. Ich glaube, wir versuchen dort rüber zu fahren. Deswegen fahren wir hier rückwärts. Wobei, ich glaube, das war jetzt ein bisschen unnötig, dass wir rückwärts gefahren sind. Ich wollte eigentlich hinten um die Insel rum. Aber mir ist ja gerade eingefallen, wir haben ja jetzt hier den Nebel. Das heißt, wir können jetzt hier eventuell ein bisschen aggressiver direkt auf die linke Flanke wechseln. Normalerweise würde ich mit einem Schlachtschiff hier nicht vor der Insel langfahren, weil man dort Breitseite zum Gegner zeigt. Aber wir können ja einfach den Nebel drücken, wenn es brenzlig wird, um dort einfach die Breitseite zu zeigen, um nach links zu fahren. Das ist natürlich super, kann man direkt auch das Ganze hier zeigen. AP-Munition ist natürlich geladen. Sollte man eigentlich auch zu 99% nutzen. Da haben wir schon die feindliche Sorry entdeckt. Dann schießen wir auf jeden Fall drauf. Streuung sieht ja okay aus. Könnte besser sein. Aber wir haben Glück gehabt. Zwei Zitadellen. Das ist auf jeden Fall super. Was ich ein bisschen schade finde bei den italienischen Forschungsschiffen, dass wir dort nicht die Möglichkeit haben, unser Sekundärverbrauchsmaterial auszuwechseln gegen einen Aufklärer, um dort zeitweise nochmal die Streuung besser zu machen. Nutzen jetzt hier den Nebel, um dort einfach Breitseite nach links zu fahren. So kann man auf jeden Fall den Nebel hier relativ gut nutzen, ohne dort zu viel riskieren. Da haben wir die Sorry nochmal. Schießen wir natürlich drauf. So, was ist jetzt los? Ich glaube, ich habe gerade einen Internet-Lag oder sowas. Hallo, hallo? Okay. Sieht aus wie ein Internet-Lag. Das ist natürlich nicht so... Oh, okay. Es läuft wieder, würde ich sagen. Es läuft wieder. Tade, wir haben auf jeden Fall nicht die Sorry rausgenommen. Ich habe jetzt... Oder wir haben nicht gesehen, was jetzt mit unseren Granaten passiert ist. Aber... Was soll man machen? So, da haben wir noch die Helena-Breitseite hier. Hat auch nicht mitgerechnet, dass hier auf jeden Fall ein Schlachtschiff auf einmal durch die Mitte kommt. Mit Nebel. Leider treffen wir nur drei Overpants, was natürlich nicht so schön ist. Aber wir haben jetzt hier auf jeden Fall die linke Flanke erreicht. Können jetzt hier unsere Kreuzer hoffentlich supporten. Und ich mag auf jeden Fall diese Seite der Arte sehr gerne. Auch in der Brandenburg-Runde waren wir ja hier. Ist halt einfach geil, weil man hier so viele Inseln hat, die man halt nutzen kann, um zu pushen. Um sich von der Mitte abzuschotten. Wir schließen jetzt hier einfach mal auf die York. Dann kommen die Torpedos. Von der Ober. Können wir schnell genug. Können wir ausweichen. Haben leider die York hier nicht getroffen. Okay, was die Helena da macht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Gucken wir mal, ob wir diesmal einen besseren Treffer landen. Leider haben wir ja auch nicht mehr wirklich viel Support. Die drei Kreuzer, die hier waren, die wir eigentlich supporten wollten, sind alle irgendwie weg vom Fenster. Diesmal haben wir hier endlich einen besseren Treffer samt Zitadelle gegen die Helena. Verlieren leider auch schon in der Mitte unsere North Carolina. Damit sind wir das einzige Schlachtschiff in unserem Team, welches übrig ist. Das Gegnerteam hat halt drei. Das hat einen kleinen Vorteil. So, nächste Salve. Reicht leider nicht ganz. Aber die New Orleans kriegt hier die Helena. Der Rest, was übrig war. Gerade wenn Kreuzer natürlich Breitseite fahren, ist es halt so, dass einfach die Granaten nicht genug Zeit haben, um scharf zu werden. Dementsprechend fliegen sie halt einfach auf der anderen Seite vom Schiff, ohne im Schiff zu zünden, raus. Dementsprechend macht man leider nur Overpants. Das ist zwar frustrierend, aber nachvollziehbar. So, da haben wir die Aroba. Wie sind wir hier auf jeden Fall auch drauf? Zitadelle. Und es reicht. Die Aroba ist auch draußen. Sehr schön. Feindlicher Zerstörer in der Mitte. Auch schon eliminiert. Das ist natürlich wichtig. Gerade ein Epizentrum. So, da haben wir die Surry nochmal. Die hatten wir ja vorhin schon begrüßt mit ein paar Zitadellen. Ich muss aber auch dazu sagen, diese Karte ist nicht unbedingt sehr dankbar für Kreuzer. Zumindest Kreuzer, die Inseln benötigen. Weil wir haben zwar viele Inseln hier auf der Karte. Allerdings sind alle Inseln sehr, sehr hoch in der Regel. Oder die meisten. Dementsprechend sind sie natürlich nicht wirklich geeignet, um dort beim Kreuzer sinnvoll zu sein. Um einfach Deckung zu haben. Sondern man kann sich zwar hinter verstecken, aber halt nicht rüberschießen. Dementsprechend sind diese Inseln natürlich sehr, sehr stark für Schlachtschiffe. Und ja, wir pushen hier auf jeden Fall die Flanke. Relativ ausgeglichenes Gefecht haben wir jetzt hier noch. Sechs gegen sechs. Gegnerteam sogar in Führung. Aber die Surry hat ja hier nicht mehr so viele Trefferpunkte. Torpedos sind ausgelaufen zum Glück. Dadurch, dass wir natürlich kein Schlachtschiff auf der anderen Seite haben, können sich natürlich die Gegner gut zu uns anwinkeln. Weil wir das Schiff sind in unserem Team mit dem größten Kaliber. Und haben ein weiteres Schiff eben verloren. Also nicht unbedingt... Der beste Start ins Gefecht. Okay, da kommt die Surry wieder rum. Darauf haben wir gewartet. Jetzt soll es aber reichen. Es reicht auch. Im vierten Versuch haben wir die Surry rausgenommen. Und ich muss dazu sagen, dieses Schiff ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer zu spielen, wie der Fünfer. Was ich hier auf jeden Fall ein bisschen besser finde, sind gerade die Turmwinkel. Man kann auf jeden Fall mit weniger Breitseite zeigen, die Geschütze nutzen. Was natürlich sehr, sehr gut ist, was die Überlebensfähigkeit angeht, um dort halt mehr zu nutzen. Allerdings ist es halt wirklich so, dass die Hopp-Batterie natürlich nicht der Burner ist. Also wir haben wirklich richtig schlechten Schaden pro Minute. Sowohl von HE, AP. Kaliber ist jetzt nicht das Geilste. Also die Hopp-Bewaffnung, trotz Genauigkeitskapitän jetzt hier, ist halt einfach, würde ich schon sagen, unterdurchschnittlich. Oder schon eher schlecht für die Stufe. Bremsen jetzt hier nochmal runter. In der Hoffnung, dass wir wenigstens die Heckgeschütze hier nochmal auf die Breitseiten King George rauskriegen. Gelingt uns auch, auch wenn es nur die Granaten sind. Ein bisschen Schaden hat es wenigstens gemacht. Dort kommt die Gneisenhau rüber. Gneisenhau ist für uns natürlich sehr gefährlich im Nahkampf durch die Torpedos. So, wir flankieren hier aber weiter. In der Hoffnung, dass wir an New York dort vielleicht rankommen. Hier wirklich nicht mehr viel Leben hat. So, zum ersten Mal ein Turm. Okay, ein Turm. Hatte leider nicht gereicht. Diesmal sieht die Streuung besser aus. Gerade, dass die King George dort zugegangen ist. Aber so können wir auf die Atlanta hier mit unseren Heckgeschützen schießen. Schöner Treffer hier. Vier Granaten von vier Granaten haben getroffen. Immerhin, was will man mehr? Leider halt nur vier Overpants. Ah, überlebt jetzt hier die Atlanta. Verdammt. Aber gut, halb so schlimm. So, jetzt hier kommt die Gneisenhau. Jetzt wird es auf jeden Fall kritisch, weil Gneisenhau hat natürlich Torpedos und ist im Nahkampf natürlich das bessere Schiff. Da müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen. Nutzen einfach schon mal eine Heilung. Versuchen jetzt hier ein bisschen rauszudrehen. Um eventuell den Torpedos auszuweichen. Atlanta wurde rausgenommen. Ging George leider ja auch angewinkelt. Okay, da kommen die Torpedos. Großkaliber gab es jetzt hier vorhin schon. Versuchen hier runterzubremsen. Aber, oh, das wird knapp. Oh, oh, oh. Na. Leider nicht mehr rechtzeitig geschafft, runterzubremsen. Aber gut. Ultra viel Schaden war es zum Glück jetzt nicht. Da haben wir auch noch die California. Und nutzen jetzt hier vielleicht mal unseren Nebel. Weil er hat jetzt sein Schiff gedreht und versucht jetzt die anderen Torpedos rauszuwerfen. Und ich hoffe jetzt, dass er die in diesem Moment gerade eben schon blinded ausgeworfen hat. Diesen zwei jetzt. Dadurch werden wir halt wieder aufgeklärt. Aber ich hoffe einfach, dass die Torpedos schon unterwegs waren. Und wir dadurch halt relativ einfach ausweichen können. Ja, okay. Hat auf jeden Fall genauso funktioniert mit dem Nebel. Genau eingesetzt. Die Gneisen hat Panik bekommen. Er ist nicht mal aufgeklärt. Torpedos raus. Hat diese Torpedos nicht zielen können. Und so konnten wir dank dem Nebel den Torpedos hier ausweichen. Das ist natürlich super. Eckgeschütze können wir jetzt hier nochmal für die Gneisenau nutzen. Frontgeschütze für die California. Jetzt bringt uns natürlich der Nebel hier gar nichts mehr. Aber für diesen einen Moment, wo er die Torpedos rausgefeuert hat, waren wir halt nicht für ihn sichtbar. Er hat nur Verdacht, die rausgehauen. Und deswegen gingen die Torpedos auch relativ weit vorbei. Und das ist natürlich auch super. Man kann den Nebel auf jeden Fall, wie wir am Anfang genutzt haben, nutzen, um einfach eine gute Position am Anfang zu bekommen. Wo man halt Breitseite für zeigen muss, aber möchte halt keinen Schaden riskieren, sage ich mal. Das ist natürlich super. Haben wir die erste Nebelwand genutzt. Und die zweite halt einfach, um dort den Gegner zu irritieren. Vielleicht ein bisschen Panik zu machen für ihn, dass er nicht mehr weiß, wo wir sind. Hat dann einfach übereifrig seine Torpedos rausgeworfen. Und die konnten wir dann ausweichen. Und ja, ist auf jeden Fall, gerade was die Hauptbewaffnung angeht, nicht wirklich ein gutes Schiff. Beide Munitionsarten. Aber der Nebel macht das Schiff auf jeden Fall schon ein bisschen einzigartig. Oder die Linie, sage ich mal. Und das ist natürlich super. Sekundär hat auch ein bisschen geschossen auf die Gneisenau. Aber ich glaube nicht, dass wir überhaupt mehr wie 3000 Schaden gemacht haben. Also in dieser Runde fast nur Schaden mit der Hop-Batterie gemacht. Hatten aber auch viele Ziele und haben eigentlich fast die ganze Runde geschossen. Also bin mir ziemlich sicher, mit fast jedem Schlachtschiff, außer vielleicht der Gneisenau, in der Runde hätten wir, was den Schaden angeht, wahrscheinlich ein ähnliches oder ein besseres Ergebnis erzielt. Von daher ist es jetzt nicht, dass wir hier 150.000 Schaden gemacht haben, weil es ein wirklich starkes Schiff ist. Sondern es ist meiner Meinung nach schon ein eher unterdurchschnittliches Schiff von der Stärke. Selbst mit Genauigkeitskapitän ist die Genauigkeit auch unterdurchschnittlich für die Stufe. Nicht viele Granaten, schlechte Nachladezeit. Also die Hop-Batterie ist hier auf jeden Fall nicht so der Bringer. Aber gerade der Nebel, das ist auf jeden Fall ziemlich nice einzusetzen. Weil man den doch wirklich in einigen Momenten gut nutzen kann. Man kann ihn auch nutzen, wenn wir jetzt zum Beispiel kein Leben mehr hätten. Versuchen damit abzuhauen. Man muss natürlich, wenn man kein Leben hat, aufhören zu schießen. Weil sonst wird man halt dennoch gesehen. Aber der Nebel bietet einem auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten, dieses Schiff sinnvoll zu nutzen. Aber alles in allem wird es auf jeden Fall kein Schiff sein, welches ich häufig spielen werde. Aber man kann unter Umständen dort auf jeden Fall schon Spaß haben. 151.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 69 Zieltreffern, 1 Ausfall, 3 Schiffe zerstört, 4 Zitadellen, 22 Sekundärtreffer. Dann gab es Unterstützer und Großkaliber. Bauen uns auch das Teamergebnis an hier. Schöne Teamleistung, schöne Divisionsleistung hier. Fast alle Kills gemacht in der Runde. Und im Gegnerteam auf jeden Fall die King George. Richtig starke Runde. Hat dort die Mitte gehalten. Richtig gut Schaden gemacht. Also die King George dort wirklich stark gespielt. Werfen noch mal einen Blick auf den Wirtschaftszweig. 259.000 Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung vom 6er Forschungsschlachtschiff der Italiener gewesen sein. Auf jeden Fall ein Schiff, was ich persönlich nicht unbedingt sehr gerne mag. Mir ist einfach die Hauptbatterie einfach zu unzuverlässig. Ich mag auf jeden Fall gerne Schlachtschiffe, wo man sich auf die Hauptbatterie verlassen kann, um dort im richtigen Moment den richtigen Gegner rauszunehmen. Was für mich das Wichtigste ist. Daher werde ich auf jeden Fall kein großer Fan von diesem Schiff. Außer der Nebel. Der ist auf jeden Fall sehr interessant. Weil man diesen natürlich praktisch gut nutzen kann, um sich zurückzuziehen. Um eine gute Position zu bekommen, um eventuell auch, wie wir jetzt in der Runde gemacht haben, dort den Gegner zu verwirren. Auf jeden Fall ein interessantes Schiff. Aber meiner Meinung nach gibt es dort auf jeden Fall auch bessere Alternativen auf der Stufe. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.